So, Chat. Heute ist ein guter Squad. Also heute so maximal drei Wins für Impostor. Drei Wins. Ich werde heute, das was ich heute bin, das bin ich, Digga. Ich werde heute so abfeuern, ihr wisst gar nicht. Ich werde heute, heute bin ich Sherlock Mast in seiner Prime. In seiner absoluten Überprime. Drei maximal, ich werde smart spielen. Ich werde nicht meine Tasks machen und mich solo killen lassen. Ich werde heute, also heute werde ich, ich werde heute so einen aufspielen, ihr wisst gar nicht. Ihr wisst gar nicht, Chat. Heute drei Wins maximal und solange der Quarkige lebt, werden diese B***e nicht gewinnen. So. Ich heiße Karl Sahne. Von einer kriminellen Organisation wurde mir ein geheimnisvolles Gift eingeflößt, das mich geschrumpft hat. So wurde ich zu. El Quarkio, eine Mastvieh. Trotzdem habe ich den scharfen Verstand eines Karls behalten. Wenn es um die Aufklärung von Kriminalfällen geht, mache ich jedem Lacher was vor. Der Jäger, Mikimus Zwerg erkennt mich zu gut. Scheiße, es kracht. Scheiße, es kracht. Ich mache nichts weg. Oh, okay. So. Leiche liegt in den Camps. Danny, wo warst du? Ich kam von oben Cafeteria, bin runtergelaufen, habe bei Hamid kurz Reaktor gechillt und wollte gerade die Lights fixen. Du bist mir aber gerade links entgegengekommen. Ja, von Reaktor. Hamid, müsstest du das gesehen haben, Hamid, dass ich kurz bei dir stand? Nein, nein, ich war in der Aufgabe, ich konnte nichts sehen. Achso. Hamid, du warst richtig nach mir in den Camps. Bist du da weggegangen? Ja, ich habe mit Eli geswappt. Eliad ist rein an die Camps und ich bin weg. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Boah, ich bin gerade noch mit uns, Miki. Wohin bist du gelaufen? Nach links, ne? Ich bin nach unten und dann links hoch. Da standen aber auch, was auch sein kann, ist, ich war in der Task drin, Edis und Mert standen auf jeden Fall direkt. Und wir sind elektrige, die Leiche ist ja nicht elektrige, Bruder. Aber waren beide Leiche da? Ja, das ist doch der Wendt. Miki, die sind beide Leiche da? Ja, Bruder, Herz. Ja, und? Na? Hallo? Bin ich mit von unten gekommen? Ja, Miki, ja. Die, die, ich habe nur eine Leiche da gesehen, was ich sagen kann. Wo ist die Leiche? Hallo, bin ich mute? Wie hören Sie aus? Wie oft nicht noch? Miki, ich möchte auch nicht der sein, ne? Aber wenn ich da jemanden wegfeuere, dann laufe ich doch nicht wie falscher 50er einfach weg. Wenn Hamed sagt, er hat mit Eli geswitcht die Camps, dann müsstest du Elia wissen, wer da reingelaufen ist. Nee, ich war schon vorher drin. Ich bin rausgegangen, aber Hamed ist noch geblieben, aber ich weiß nicht, ob er danach nach links gelaufen ist. Also das macht ja für mich keinen Sinn. Ich klinge auch nicht und laufe da wie ein *** runter, Digga. Das mache ich doch nicht. Also Hamed, Hamed ist so gut wie safe. Bitte, wo? Na, Jungs, ganz wichtig. Wo waren denn die anderen? Wo waren denn die anderen? Vielleicht Miki auch self-reporten, ne? Aufpassen. Ey, das finde ich jedes, oder? Wird relativ frisch sein. Könnte auch Miki sein, also ist das ja wieder... Was ist das für ein Call, Bruder? Ah, jetzt freue ich jetzt den Miki ab oder nicht? Oder lasse ich Miki jetzt leben? So, der zweite war vielleicht ein bisschen verwittert, aber der erste war sehr gut. Der erste war sehr gut. Vielleicht mal einen kleinen süßen Double Lady? Maybe. Aha, aha, aha. Ja, ne, Liebe. So. Na, wo war die Leiche? Wie die Cafeteria. Jello, wo bist du? Ich bin Admin, vor Admin. Okay, äh, Miki, wo bist du? Ich bin, äh, bei Electrical. Danny, wo bist du? Eli lügt. Warte mal, Eli. Eli lügt. Er ist genau mit mir in Cafeteria, aber ganz weit aus. Aber ich kam von, aber ich kam von unten, ich kam von unten. Ich kam von wo, Eli? Von wo kamst du, Eli? Ich kam von Admin hoch, ich kam von Admin hoch, ich bin in diesen Zwischengang. Ich bin Admin, ich bin Admin, ich bin Admin gerade, ich war gerade am Table. Ich bin hochgelaufen. Also vier Leute sind am Ende Dings gewesen, Cafeteria, einer war Camps, und ich glaube, der andere war unten rechts. Ich bin von Admin hochgelaufen und bin jetzt unten rechts Cafeteria. Also ich stehe gerade in diesen Zwischengang. Du hast gesagt, du bist in Admin. Ja, ja. Ich bin da vorbind, weil ich genau da vorbind. Okay, Jungs, darf ich ganz kurz? Ey, zwei Cafeteria, rechts, nicht kurz. Mann, insane, darf ich kurz? Ja, aber warum sagst du dann nicht Cafeteria? Lass mich kurz reden, Miki. Ja, mach aber schnell, Schatz, die Kunden, Bruderherz. Lass mich reden, ich habe nur gesehen, Danny, du bist rechts rum oben. Eli hinterhergelaufen, richtig? Ja, genau. Und ich dachte, einer von euch stirbt jetzt. Genau, ja. Wenn Eli nicht bei euch Atmen war, musst ja entweder du oder Jello ihn gekillt haben. Nein, ganz kurz mal, ich habe eine Frage an Edis. Warum weißt du, wo ich bin, wenn Lichter aus waren? Es waren keine Lichter aus. Die Lichter waren aus. Beide, Poster wählen mich. Beide, Poster wählen mich. Nein, nein, nein. Guter Call, Eli, Jungs, Jungs, Jungs. Lichter waren aus. Lichter waren aus. Eli, Sassen, bitte. Was, ich sage doch nicht, dass ich Cafeteria bin. Du bist Cafeteria. Er lügt. Eder ist um Micky raus und dann haben wir gewonnen, dicker. Wir brauchen ein Doppel, ey. Er ist, er hat sich muted. Ähm, ich geht, ich geht. Eli, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das krass. Mein Gott. Ich geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So schlecht. Ganz kurz mal. Bei mir ist unbinded, ne? Es ist unbinded bei mir wegen LKW-Stream. Ich kann das nicht. Was denn? Mein Mute-Knopf. Er hat auch deswegen gesagt, dass der Teil... Er hat gesagt, wir brauchen Double-Kill. Mein Mute-Kopf ist unbinded. Wegen LKW-Stream. Du wachst es und du wachst es überhaupt noch herzustellen. Du wachst es. Ich habe es euch gesagt und jetzt passt auf, Danny ist sogar mit ihm gelaufen bei Admin. Ich habe auch keine Beweise. Hä? Was redest du? Er lügt. Ich klebe an Danny sein Arzt. Warte mal, ey. Warte mal, Edis, Edis. Die Runde geht doch los und wir beide sind Richtung Abi gelaufen. Was redest du? Ich bin mir ehrlich gelaufen. Gerade eben bei dem vorigen Kill wart ihr zusammen, Bro, bei Admin. Ich war am Admin-Teil. Ihr wart zu viel Kategorien. Ich habe nein, nein. Also ich kann das... Danny war erste Runde bei der Leiche, war er bei den Camps, wo die Leiche war. Ich wäre doch rausgewentelt, Digga. Aber ich weiß nicht, je nach Promillestand. Was brauche ich, Chat? Vier Kills? Das ist jetzt over, schätze ich. Was wir schätzen, Bruder, hä? Was wir schätzen. Das Ding ist absolut over. Da ist das krank. Vielleicht können wir hier über O2 gewinnen, Chat. Vielleicht können wir über O2 gewinnen. Vielleicht ist hier ein O2-Engel für den Maximalentilt. Ganz Zeit O2-Spam. Vielleicht damit gewinnen. Hm, hm, hm. Digga, das ist eh dieser F***, ne? Oh, Edis. Ist bereit? Der Tod, Digga, der hat das gesehen, wenn wir den Dings. Das finden wir. Ist das ein schlechter Kill? Gänse Schwanz. Gerade mit Rose noch im Lager war, aber ich weiß nicht, wer der andere war. Ich weiß, Miki, es wirkt sehr sass jetzt. Aber ich habe eh nicht schon in der ersten... Aber überleg logisch. Überleg wirklich logisch, Bro. Ich habe eh nicht schon in der ersten Runde gesasst. Und es kann gar nicht sein, nur er war es. Es wirkt sehr sass, ich weiß es. Aber ich bin mit Rose sogar darunter gelaufen. Edis kam mir Electrical entgegen. Ich Oxygen wird angemacht. Könnte, glaube ich, der letzte Verzweiflungsversuch von dem Gotti sein. Weil Oxygen eigentlich immer eine gute Sache ist, wie man gewinnt. Dann laufe ich zurück und unten liegt halt direkt Rose dort. Aber bin ich eh, oder? Frisch. Aber ich bin, es war gut gespielt. Es war wirklich gut gespielt. Ich weiß aber, ich war es aber nicht. Nee, ich bin es aber. Wir können, wo bist du gerade? Darf ich kurz eine Frage stellen? Hamid, wo bist du gerade? Also, ich bin in Atmen. Sane, hör mir kurz zu. Du bist es nicht. Hamid ist es auch nicht. Vom Ding her könnten wir eh das Willen uns probieren. Und wenn er es nicht ist, ja. Aber denkt dran, wenn ihr mich rausnehmt, dann habt ihr noch... Warum willst du das Risiko nehmen? Wir haben eh das auch... Heili, Sas für mich. Miki, du könntest Self-Report machen, muss ich leider so sagen. Nein, 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 der war es nicht. Er war es 100% nicht sehen. 100% weil... Ich sag dir ganz kurz, warum, wenn ich sagen darf. Ich bin im Lager runtergelaufen mit Rose zusammen. Ihr habt dann einen Benzinkanister benutzt. Ich bin rüber zu Electrical mit Miki. Dann ging dieses Oxidending an. Ich bin mit Miki raus Richtung Lager. Und da lag Rose. Ich weiß halt nur, aus der ersten Runde hatten wir auch schön, dass Hamid beim Alarm wieder nach links gegangen ist. Kein Risiko. Ich sag nur, Hamid ist am Anfang nach links gegangen. Ja, okay, okay, okay. Nur wenn... Bitte jetzt aufpassen. Ja, eh jetzt auf dem Schirm behagten. War auch Miki, maybe, wirklich Self-Report. Maybe. Ja, halt mich, ich wisse. Nein, Miki war kein Self-Report. 100% nicht. Die erste Runde aber, maybe. Haltet den Quarking auf den Zettel. Ist das hier winnable, Shed? Das ist doch nicht winnable, oder? Das ist doch im Leben. Nicht winnable, das Game. Okay. Das fette Mistvieh. Ist das hier geisteskrank, hier. Bin ich schon wieder sauer. Zane weg, Digga. Warum soll ich Zane wegmachen, Digga? Bitte euch. Zane ist doch der Einzige mit, der mir eine Chance gibt zu gewinnen. Ja, es ist zu schwer, Shed, ist euch ehrlich. Es ist zu schwer. Es ist zu schwer. Es ist zu schwer hier. Was denn? Ich muss ein kurzes Meeting machen. Digga, wir müssen. Weil wir sind, wir voten, Digga. Wir müssen wir voten. Das fette Fien, er ist das krank, Digga. Miki, das war dumm. Wir sagen, Zane hätte die Möglichkeit gehabt, mich zu killen. Wir sagen eben, wir spielen sicher und jetzt kommt ein Voting. Ist das echt dumm. Jetzt kommt nämlich hier ein Voting. Das Ding hier ist ein Coinflip, okay? Meine Damen und Herren. Entweder wählen wir den Quarkigen oder wir wählen eh das. Ganz einfach. Zane. Ich bin's. Nach der letzten Runde willst du auf mich feuern? Richtig. Wenn Eli sicher ein Poster... Das ist so, also Bruder, ich kann das nicht mehr. Ich sag, vielleicht hat Miki recht und Edis hat so Eli so fake. Bruder, Hamid, hör mal zu. Ich habe Eli schon in der ersten Runde gesasst. Das wäre richtig dumm als Imposter-Crew-Mate. Ja, oder schlau. Oder schlau. Wir können halt reinschoken. Wir können reinschoken. Wäre ich das gewesen, Miki. Eben, in Storage, ja? Ich könnte nicht ertragen, wenn der Quarkige hier die erste Runde gewinnt. Ich will ihn rauswoten. Also... Wäre ich das... Wäre ich das gewesen... Der Vote ist maximal dumm. Wenn, dann ist es Edis oder Miki. Probiert uns gerade den Arsch zu f... Jetzt müssen wir voten wegen dir. Ja, dann... Ich vote Edis. Dann voten wir Edis. Diga. Miki, also... Miki, wenn ich jetzt hier... Das ist dumm, Jungs. Nein, nein, nein. Miki könnte jetzt zurückkommen mit einer so geisteskarten Imposter-Performance. Oder auch der Quarkige. Ja, der Quarkige ist es, oder? Denn die ersten Kill wende ich nicht. Und dann eben Edis läuft von der Leiche weg. Und ich bin doch einmal so safe, dass es Edis ist. Nein, nein, geht auf Edis. Komm, Edis. Ja, okay, geht es. Ja, okay. Ist das schlecht, Digga. Ich sag, Miki, zum Arsch. Erste Runde Selfieport, als ob ich da weglaufe, statt zu wenden, Digga. Ja, geisteskrank. Oh, nein. Digga. Sag, was brauche ich? Sag, was brauche ich? Mach doch kein Meeting, oder? Mach doch kein Meeting. Er kann kein Meeting machen. Ja, mag es, Leute. Er kann kein Meeting machen. Ja, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, Shit. Was muss ich machen? Maybe einzige Chance, wenn wir ihn gewinnen können. Es sind vier Leute. Ich muss es versuchen, Digga. Gänse Schwanz. Sofort das fette Vieh raus. Ist ja widerwärtig. Hast du einen Back-Free-Back-Selfieport gemacht? Same. I-git. Och, Jungs, ich hasse das. I-git. Ich weiß, ich weiß. Nein, das macht ihr nicht mit mir, beiden fetten Fett-Viecher, Alter. I- und er reportet auch so schnell. I-git-vie. Bitte, lass mich einmal ganz kurz das sagen, okay? Ist das schlecht? Ich habe lange nicht, ich habe lange nicht mehr Among gespielt, lange nicht mehr, aber er hat echt eine gute Runde gespielt. Er hat wirklich einen aufgespielt. Es ist ja quarkiges Same. Guck mal, es ist ein bisschen was auch. Vertrau deinen rothaarigen Bruder, vertrauen. Guck mal, es ist ein bisschen was. Check ihn in den 6, er hat fast gewonnen. Nimm ihm die Hoffnung. Ist das schlecht? Ich bin es nicht. Ruhe, ihr habt jetzt beide die Schnauze, beide die Schnauze halten. Ich sage jetzt kurz was. Micky erzählt, dann sagt Danny. Ja, ich renne hoch und ich sehe genau im Gang, wie Danny sofort Hamid grad abschlachtet. Ist genau in dem Moment passiert. Ich reporte, er sagt sofort iiii. Ich erinnere dich an die Sache, dass am Anfang der ersten Runde ich gesagt habe, er ist runtergerannt. Er ist der Wirt. Oh, ich bin so schlecht, er ist, ich bin so schlecht. Erzähl du, Danny, aber bitte glaub mir. Same, du weißt, ich bin ein guter Impostor, du weißt es. Ich könnte es sein, aber die erste Runde, Bro, die erste Runde, glaubst du wirklich, Bruder, ich kill in Security und laufe wie ein falscher 50er, wenn ich vorher bei Hamid linke Seite war, laufe ich runter, ich stand genau neben mich, laufe runter, laufe Micky hingegen und statt zu wenden, ich bitte dich, Digger, ich bitte dich. Ja, ja, glaube es nicht. Bastarde, Micky. Du Bastard. Ich geht, ich geht. Was drückst du diesen Emergency-Coin? Ich bin der Beste, Bruder. 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 Ich hab ihn an den Haaren. Es ist nie ein Teli. Micky, richtig gut gespielt. Ich fühle dich. Ich habe, wo sind wir, dass wir einen coinflip-Coin machen. Stammt. Ich bin hier bei irgendeiner Winch-Coinflip-Coinflip machen. Ja, aber Willi, ich trau es ihm halt auch nicht zu, so schlecht zu spielen. Da brauchst du nicht nein, nein sagen. Der Coinflip-Coin ist der Müll. Du schaust dir einfach mal selber an. Hab ich abgefeuert. Amit. Es ist halt genauso wie vor anderthalb Jahren. Ich hab ja gesagt, dass ihr das Video gemacht habt. Es ist genauso wie vor anderthalb Jahren. Derjenige, der mehr schreit, kriegt mehr Recht und nicht den Vote. Du schreist rum, erzählt es, ich rede ruhig, ich werd gefeuert. Nein, nein. Ich hab dich nicht geändert wie vor ein Jahr. Ich hab dich ausreden lassen, ich hab dich ausreden lassen und dann hab ich am Ende meine Sicht gescheitert. In der ersten Runde habe ich dich gesasst und hab gesagt, hey, hier, da, nicht einer hat drauf gehört. Ich habe gesagt, seit der ersten Runde, es ist Ines oder du. Und wird darauf gehört, nein, nicht einmal, das ist einfach nur letterlich und schlecht von allen. Wer fehlt hier, wer fehlt hier? Ih, ist safe, fehlt der Schäme. Danny läuft halt hinter Eli hinterher, dann machen die doch da einen Doppelkill in Admin oder so. Und nicht, dass er den alleine lässt und einfach der alleine einen killt. Aber ey, du hast krass gemacht, ähm, El Quaco, den Kill. Da unten mit Rose. Du hast mich einfach komplett gesamt. Nein, Bruder, das war halt lucky, dass du da warst, das wusste ich gar nicht. Danny, weißt du, was du hattest? Was? Perfektes Time-Glück. Da unten bei dem Kill. Ja, aber, war nicht gut gespielt, oder was? War schlecht aus? Oder ich sag dir auch, nun ehrlich, du hattest einen Coinflip, als wären wir in der Win-Challenge. Aber, 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 ich habe es sein, ich habe es sein gut an den Eiern gehabt am Ende. Micky, komm mal, komm mal in die Lobby, Micky. Wo? Weißt du, du, ich hab das? Wo? 50-50-Call, warum drücken wir den verbrühten Backen? Ja, stark. Micky, komm mal in die Mann. Komm mit rein, Micky, mein Löwe. Oh, nee, Micky. Oh, nee, ich schick das auf, oh, nee. Ey, eigentlich habe ich deinen Namen nicht gesagt, ne? Ich wollte, weil du und, wir sind beide nach oben gelaufen, ich wollte sagen, jetzt machen Danny und ich einen Doppelkill, ne? Eigentlich habe ich deinen Namen nicht gesagt, ne? Oh, mein Gott, oh, mein Gott, Digga. Micky soll bereit drücken. Ich habe schon keinen Bock mehr, Digga, auf die Scheiße. Wie kann man denn so blöd sein? So, Digga, Micky hat Rakete zum Erdkehr genommen. Bro, dass ich das gewinne, ja? Digga, eigentlich dachte ich, dass es vorbei ist, aber dann habe ich gesehen, oh, es ist 50-50 und dann kann ich halt I, I, I schreiben und Micky ausreden lassen und dann kann ich Sam halt an den Eiern haben, wenn ich sage, ne, Sam, ich bin gut am Poster, ich laufe da noch nicht weg. Ich hätte sogar noch da unten beharren sollen, oder auf die Runde davor beharren sollen, als Micky Emergency gemacht, dass ich als Einziger gesagt habe, spielt safe. Spielt safe.